ARD Text im Auftrag von Funk So werde ich gerne begrüßt, das ist geil, deswegen mache ich den Job, man wird bejubelt, man wird beklatscht, das ist so geil, gerade als Mann ist das herrlich, weil zu Hause ist der Spaß doch vorbei, seien wir da ehrlich Wenn ich nach Hause komme, sagt man, oh ich habe den ganzen Tag auf dich gewartet, der Müll muss raus, so sieht es doch aus Ja man will großartig begrüßt werden, aber das ist wirklich gerade da, man fragt sich mal, was ist eigentlich aus uns Männern geworden, was waren wir Männer früher für Kerler Früher konntest du als Mann eine Frau noch an den Haaren in die Höhle ziehen, heute sind sie unten rumrasiert, ihr wisst was ich meine Das ist so eine Metapher, die sagen, ja, dem Mann entgleitet alles, ja, wir sind keine Helden mehr Da habe ich zu meiner Frau auch gesagt, du musst das mal machen wie die Leute in der Halle, begrüßt mich doch mal großartig, möchte ich doch hören Na Ingo, du geiler Stecher, warst du in Halle, hast es allen besorgen, ja klar, weißt du, sagt sie, nee, das sag ich nicht Ich bin doch keine Nutte, sag ich, schade, wäre billiger Und dann habe ich es sofort auf die Fresse gekriegt und musste drei Wochen im Heizungskeller schlafen Aber so ist das eben, wir werden gehauen, wir werden geschlagen, wir müssen den Müll raustragen, müssen das Klo putzen Und das finden viele Männer ja eklig, nicht, Klo putzen, da reicht doch, wenn ich es ausspritze, oder? Ist natürlich falsch Man muss als Mann die Bürste in die Hand nehmen und schruppen Ja, ja